Musik Im heutigen Video zeige ich euch eine der größeren Silbermünzen in diesem Jahr. Und zwar den heiß aussehenden Nachfolger der Queen's Beast Serie, und zwar die Royal Tudor Beasts. Wieder als zwei Unsinnstücke für Anlagezwecke ausgegeben, ist die erste Ausgabe wieder mit dem Löwen von England, mit der Jahreszahl 2022. Zwischenzeitlich ist schon die zweite Ausgabe mit dem Yale of Beaufort 2023 erschienen. Die Motive sind wieder sehr gelungen, wie auch bei der ersten Serie, und werden natürlich fleißig dann bis zum Schluss auch besammelt. Das Ganze, wie gesagt, als zwei Unzen Silbermünzen mit einem Durchmesser von 38,61 mm und einer Stärke von stolzen 5,4 mm. Übrigens, wer für diese Münzen nach Münzkapseln sucht, schaut mal bei der Firma Lindner. Dort gibt es passende Kapseln, unter anderem für diese zwei Unzen Münzen, aber zum Beispiel auch für die australischen Drachenbarren gibt es dort passende Kapseln. Der Graveur dieser Münze ist David Lawrence und produziert und geprägt wird sie bei der Royal Mint. slägetik so 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 Vielen Dank.